Grüß euch Freunde bei Gesund und Wissen. Ich habe mir gedacht, ich mache einen weltweiten Aufruf. Heute ist der Tag X. Heute ist Maskenpflicht im Supermarkt drinnen und da kriegst du halt noch so was. Ich weiß nicht, was die anderen Märkte haben. Das ist jetzt der Hofer. Wenn es jetzt durchgeblasst haben, dann kommt auch was. Kommt auch durch. Kommt auch durch. Und ich habe mir nachher gedacht, Motorradlfahrer, Motorradlfahrerinnen bitte. Durchlaufe. Kommt jetzt durch. Macht es doppelt auf. Wenn es schon keine Masken mehr gibt oder nichts. Dann macht es dreifach auch besser als nichts. Okay? Und was würde ich sagen, wenn es nichts gehabt oder keine Masken gibt oder sonst irgendwas, dann nehmt einfach ein Dirkel und weil die anderen machen sie auch Stoff. Also schon Stoff. So ein Maskerl und so. Und das ist eine gute Geschichte vom Motorradl. Dieser Schutz. Und es geht so. Okay? Und ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Gesund und Wissen.